Etwas extrem krasses ist vor wenigen Tagen passiert, das bald schon große Schlagzeilen machen könnte. Und zwar geht es darum, dass neue UFO-Enthüllungen ans Licht kommen, die die Aussagen von David Grush unterstützen. Und zwar geht es hierbei um Aussagen von einem ehemaligen Navy-Admiral und einem Colonel der USA. Diese beiden Leute sagen eben, dass sie genaue Informationen haben, die die Aussagen von David Grush, die er im Sommer letzten Jahres getätigt hatte, noch einmal verstärken und unterstützen. Für die von euch, die gerade nicht auf dem Schirm haben, wer David Grush war. Im Sommer letzten Jahres kam es dazu, dass eben ein Geheimdienstmitarbeiter namens David Grush vor den Kongress in den USA ging und UFO-Enthüllungen bekannt gab. Er sagte dort in aller Öffentlichkeit vor Politikern, dass eben die USA sowohl Bescheid weiß, dass Außerirdische existieren, dass UFOs existieren und sie schon mehrfach die Erde besucht haben, als auch, dass er ganz genau weiß, dass die Amerikaner im Besitz von funktionierenden oder zumindest kaputten UFOs sind und teilweise eben auch von biologischem Material von Außerirdischen. David Grush hatte also im Sommer letzten Jahres ganz klar gesagt, dass Außerirdische existieren, dass UFOs existieren und dass die Amerikaner Bescheid wissen darüber bzw. Dinge davon lagern. Er sagte eben auch, dass es eine große Gefahr gibt, die davon ausgeht und dass die US-Regierung mehrfach dafür gesorgt hatte, dass Leute, die Informationen dazu hatten, zum Schweigen gebracht wurden. Nun kam es eben dazu, nachdem eben in der Vergangenheit immer mal wieder leichte Enthüllungen kamen, dass nun ein ehemaliger Admiral, der unter der Regierung von Donald Trump gearbeitet hatte, ebenfalls Informationen hat, die das unterstützen, was David Grush bereits gesagt hatte. Und zwar sprach auch er davon, dass er eben involviert war in Momente, wo ein UFO beobachtet wurde, als auch, dass er die Aussagen von David Grush für glaubhaft hält. Was genau jetzt gerade hier passiert in den USA, möchte ich euch einmal genauer erklären. Damit ich keinerlei Informationen irgendwie übersehe, gucken wir es uns einmal genauer an. Nachdem David Grush mit seinen UFO-Enthüllungen für Aufsehen gesorgt hatte, kam nun der mittlerweile pensionierte Navy-Admiral Tim Gallaudet hervor und unterstützte die Aussagen von Grush. Gallaudet hat unter Trump die NOAA geleitet. Dies war die National Oceanic and Atmospheric Administration. Dies ist die Wetter- und Ozeanografiebehörde der USA, die bereits seit 1970 existiert. Vor kurzem hatte Gallaudet dann ein Interview mit dem Sender News Nation vereinbart, um dort von einer gruseligen Erfahrung zu berichten, die er hatte, beziehungsweise von der er zusätzliche Informationen bekam. Er sagte so, dass eine seiner Aufgaben die des Chefmeteorologen bei der Marine waren. Diese Stelle hatte er zeitgleich inne, als die Orion Artemis 1, dies war ein Raumschiff der Amerikaner, vor der US-Ostküste auf ein UFO traf. Ihr müsst wissen, Gallaudet sagte, dass eben in dem Übungsluftraum an der Ostküste, wo man den Staat und andere Luftmanöver testete, ein oder mehrere UAPs bzw. UFOs gesichtet wurden. Dabei kam es mehrfach beinahe zu Zusammenstößen in der Luft. Obwohl dies extrem gefährlich war und eigentlich keinerlei Flugobjekte etwas in diesem Luftraum zu suchen hatten, unternahm die Marine nichts gegen die seltsamen Objekte, die das ganze Projekt eben behinderten. Beinahe so, als würden sie versuchen, diese Objekte zu ignorieren. So zu tun, als wären sie gar nicht da, weil sie sie scheinbar nicht angreifen durften. Gallaudet sprach davon, dass auch E-Mails zu der Thematik, die er auf seinem Computer hatte, plötzlich entfernt wurden von eben der CIA, von der Marine oder von der Regierung. Der Grund dafür war, dass diese Informationen nicht an die Öffentlichkeit gelangen dürften. Seine Meinung, und hier unterstützt er erneut David Grush, ist, dass die USA wissen, dass schon mehrfach eine nichtmenschliche Intelligenz uns besuchte, die mit einer Technologie ausgerüstet war, die wir nicht verstehen, und die Intentionen hat, die wir ebenfalls nicht verstehen können. Das heißt, Gallaudet unterstützt die Aussage, dass die US-Regierung Bescheid weiß, dass Außerirdische echt sind und uns besuchen. Aber er macht ganz klar, dass wir in keinster Weise ein Gespräch mit den Außerirdischen haben, weil wir scheinbar deren Intention, also der Grund für ihren Besuch, nicht verstehen können. Die Aussagen von Gallaudet deuten darauf hin, dass die US-Regierung scheinbar Angst vor diesen Außerirdischen hat. Dies würde erklären, warum sie eben diese Flugobjekte nicht angreifen, und zwar, weil sie eine Konfrontation vermeiden wollen. Deswegen hoffen sie, dass, wenn sie die Flugobjekte ignorieren, alles gut laufen wird und es zu keinem Zusammenstoß kommt. Da scheinbar kein direktes Gespräch zwischen der Regierung und den Außerirdischen herrscht, ist dies wahrscheinlich der beste Weg, um einen Konflikt oder Krieg oder Ähnliches zu vermeiden. So jedenfalls die Interpretation unterschiedlichster Leute, die sich die Aussagen von Gallaudet angesehen hatten. Ihr müsst wissen, jedes andere Flugobjekt würde vermutlich abgeschossen werden oder zum Umkehren aufgefordert werden, wenn es über ein Militärgrundstück fliegt oder über ein Testgeländer. Sollte es sich bei den genannten Objekten tatsächlich um UFOs handeln, die von Außerirdischen betrieben werden, dann kann es einem durchaus schon Angst machen, wieso die Marine sich nicht traut, mit ihnen zu interagieren. Auch unterstützten Gallaudets Aussagen die Vorwürfe, dass die US-Regierung und die CIA aktiv versuchen, andere Leute zum Schweigen zu bringen, die versuchen, Dinge zu veröffentlichen oder mehr zu erfahren. Auch Grush hatte ja gesagt, dass unterschiedlichste Leute zum Schweigen gebracht wurden, teilweise es ihnen Gewalt angetan wurde, damit sie eben keine neuen Informationen preisgeben. Hier sagte Gallaudet ja auch, dass zum Beispiel E-Mails, die er gekriegt hatte, gelöscht wurden oder entfernt wurden, weil er die Informationen nicht haben sollte. Doch nicht nur Gallaudet hatte neue Aussagen getroffen. Auch der ehemalige US-Army-Colonel Nell sagte, dass es bald zu einer katastrophalen Enthüllung von Alien-Informationen kommt. Laut Washington Insider, wozu eben Nell auch gehört, gab es im Jahr 2004 eine Vereinbarung bei der CIA, dass Informationen über Ufos und Außerirdische nicht enthüllt werden dürfen, da sie eine zu große Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Man geht also davon aus, wenn man die Informationen preisgeben würde, würden die Menschen Panik kriegen, was dort im Himmel alles lauert. Dieses System der Geheimhaltung scheint aber unter den jetzigen Enthüllungen von Grush und Co. immer weiter zusammenzubrechen. Nell sagte, dass es eine Transparenz geben muss, in der diese geheimen Informationen bekannt gegeben werden, da es ansonsten dazu kommen kann, dass Leaks und Co., die unweigerlich in der Vergangenheit jetzt immer und immer häufiger auftreten, diese Enthüllung übernehmen und dadurch die Glaubwürdigkeit der Regierung stark geschädigt wird. Mit anderen Worten, wenn die Regierung von sich aus nicht bekannt gibt, hey, wir haben diese Informationen, Außerirdische existieren, und die Bevölkerung erfährt es tatsächlich nur durch irgendwelche Leaks und Co., könnte dies eben der Glaubwürdigkeit der Regierung sehr stark schaden. So eine Enthüllung könnte also für die US-Regierung sehr gefährlich werden. Auch David Grush sprach davon, dass es eine neue Art der Transparenz geben muss, bei der die Geheiminformationen an die Öffentlichkeit gebracht werden können. Wir haben auf jeden Fall hier von zwei neuen, hochrangigen, glaubwürdigen und informativen Quellen mehr Infos gekriegt, dass scheinbar dort irgendetwas verheimlicht und versteckt wird. Also, dies sind die Dinge, die grundsätzlich veröffentlicht wurden. Die Frage, die viele Leute sich jetzt natürlich stellen, ist, wie glaubwürdig ist das Ganze? Könnten wir tatsächlich vor einer gigantischen Enthüllung stehen, die nächstes Jahr gemacht wird? Oder ist das Ganze nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und wird noch eine ganze Zeit dauern, bis weitere Informationen ans Licht kommen? Die ganze Situation um diese UFO-Enthüllung ist relativ interessant. Und zwar, weil viele Experten sich relativ sicher sind, dass wenn die USA wirklich Bescheid weiß, wenn die USA wirklich weiß, dass Außerirdische existieren und sie vielleicht tatsächlich im Besitz von außerirdischen Materialien sind, dann wäre der Druck, der auf sie lastet, langsam zu groß. Man muss ja wissen, immer dann, wenn der Druck auf die US-Regierung angehoben wurde, wenn die Öffentlichkeit mehr und mehr Informationen wollte, weil sie merkten, da wird irgendwas vor uns versteckt, kam es in der Vergangenheit dazu, dass die US-Regierung einknickte. So wurden in der Vergangenheit schon streng geheime Dinge veröffentlicht, wie die Existenz der Area 51. Viele sind sich deswegen sicher, dass, wenn die USA wirklich Bescheid weiß über Außerirdische und Ähnliches, dass dieser weitere Druck, der jetzt von einem ehemaligen Admiral stammt, dazu führt, dass vielleicht tatsächlich eine große Veröffentlichung ansteht. Genau sagen können wir es natürlich nicht. Die Regierung könnte weiter versuchen, alles tot zu schweigen, aber meistens wäre dies eben eine schlechte Idee. Diese katastrophale Enthüllung würde dann nämlich stattfinden, weil irgendwann kannst du es nicht mehr geheim halten, wenn zu viele glaubhafte, seriöse Personen gleiche Aussagen treffen, die belegen, dass Außerirdische echt sind. Ich würde vermuten, dass wir in diesem Jahr mindestens noch einige weitere Aussagen kriegen werden, die eben die Existenz von UFOs bestätigen. Eben andere Leute, die ähnlich sind wie David Rush oder jetzt zum Beispiel der Ex-Admiral. Weitere Personen, die für die Regierung gearbeitet haben und ähnliche Dinge beobachten konnten. Ob es dieses Jahr jetzt schon zu dieser großen Verkündung kommt, ob es dieses Jahr wirklich zu einer großen Bekanntgabe von neuen Informationen kommt, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Vielleicht kommt es auch dazu, dass manche neuen Dateien veröffentlicht werden, die eben zeigen, dass es weitere Kontakte zu unbekannten Flugobjekten gab, ohne wirklich definitiv davon zu sprechen, dass wir es hierbei mit Aliens oder eben außerirdischen intelligenten Lebensformen zu tun haben. Mich würde bei dieser ganzen Situation eure Meinung interessieren. Glaubt ihr wirklich, dass wir eben neue UFO-Enthüllungen kriegen werden bzw. glaubt ihr überhaupt, dass Außerirdische und UFOs echt sind? Oder denkt ihr, diese Person, dieser Admiral oder auch David Rush, wollen sich eben nur aufspielen und erfinden irgendwelche Dinge? Eure Meinung sehr gerne in die Kommentare, wie sie uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss. 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 Tschüss.